Ehe willkommen zurück Altar mit damit Prozent der ist er noch mal Kobra hat siehe und Prozent Kobra Kubrick hat auch Werbung um wir müssen jetzt wieder zurück da wo wir uns hochgezogen und Teilhardt vor getroffen um ja da wo dieser eine Typ war da wo du dann auch hier nahe müssen da ist er nicht der Friedhof unruhig und warte kugel speichern und springen unter du meinst du hier oder ja noch weiter zurück noch weiter zurück oh ja o ich glaube du willst mich veräppeln oder sowohl jetzt weiter zurück zurück also in den anderen Bildschirm wieder okay zurück zurück Hauptsache du bist auch da wo ich hin will und wo willst du mich haben ja weiter zurück weiter zurück musst gleich dein Pony rufen nein was ist das zu holen boah fick dich doch klumpen ey drecks klumpen runterspringen ja es verbleiben 60 Stunden oh nein so lange können wir nicht mehr aufnehmen genau 60 Stunden nehme ich auch auf runter und jetzt siehst du das rechts wo denn dreh dich nochmal da kannst du dann hoch ja aber ohne Pferd boah voll versteckt ey ja aber da müsste er sein ne ja könnte sein also ich wüsste auch nicht wo der sonst äh sein sollte ja das war so ziemlich das einzige was ich noch behalten hab von früher ha sauber super der Mond und eine Lampe ich nenne es Lampenmoda wir sind verrichtet ja weil ich es so gesagt habe nein das hast du dir nur eingebildet die wollen mich töten jetzt spiel mir einfach Medi-Evil 2 Medi-Evil 2 Medi-Evil 2 spiel mir die Medi-Evil 2 ja kenne ich ist doch Medi-Evil es sei nicht mit dem Skelett zum Skelett Typ ja genau boah das ist so Hammer so hier muss ich die Sonate des Erwachens spielen und dann rennen ja das ist cool Sonate des oh jetzt habe ich nicht geguckt wie dir geht ja ok du 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 hä war doch richtig du musst A-Arbeit rücken genau dumm run run away run away ok ich renne ich ich gehe zu ihm hin cool jetzt kann ich nicht mal hauen ist er genial aber muss ich glaube ich auch gar nicht aber ich kann ihn nicht hauen supi das war jetzt ok getötet herzteil abgas und du musst jetzt alles einzeln töten oder was ja voll umständlich kann sich einfach die Skelettmaske drauf tun die habe ich ja noch gar nicht die bekomme ich hier von dem oh ok getroffen gespoilert genau gespoilert ja ja jetzt treffe ich ihn aber pass auf oder auch nicht alter müssen wir so viele Ecken einbauen oder was ich frage mich grad wieso immer so ein so ein laserstrahl laser feuerstrahl soll das diese Soundeffekte symbolisieren oder was fällt er da jetzt nicht so mit dem Kopf irgendwie ne ich lad ne war war fail ja klar alter ne ich dachte ich hätte davor gespeichert egal willkommen zurück zu meinem let's play nein scheiße man egal das geht jetzt super schnell ich wollte jetzt einfach bä du bist behindert ah ok ähm hm 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 ja aber ich würde sagen ähm wenn wir jetzt nicht bald mal langsam zum fucking asshole Tempel kommen beiß ich mir ins Bein ja nach dem nach dem Friedhof sind wir dem schon ein ganzes stück näher und dann brauchst du die auch nicht selber ankacken das ist ja schlimm hier und die 6 ich kann bald kommen da wer ach ja ich hab 66 kommentare ui wow hast du gesehen die Lampe der Mond und die Fledermaus diesmal das ist dann Teil 2 ja ja wenn es ist die Kürt freigeschalten zu wo auch ob das Geld kommt jetzt nicht und so vor der Tatsache auch schon ganz ganz böse an bei dir echt ja ich würde sagen nach den Kurzpause rufen wir nochmal in Skype weil wenn wir jetzt schon so 10 Stunden am Stück telefonieren dann warte schon mal kann das schon mal passieren so ich muss ihn jetzt auf jeden Fall mehr mit dem Bogen treffen ich darf mich nicht so auf die anderen konzentrieren ich will mich nicht auf meinen Bogen verlassen das geht sowieso schief so ich speicher jetzt was ich gerade schon machen wollte so jetzt 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 oh fuck noch gar nicht ausgewählt ja eispfeile je what is the airspeed auf fully laden es war alter treff den nochmal mal falsche Taste hallo hm what give it ja ähm yeah ja äh ja ne ich bedankele dich mal langsam ah toll nein lass mich in Ruhe boah boah alter guck mal wie wenig Schaden ich kriege so geil und voll unfair du bist echt unverwundbar unverwundbar ja unverwundbar ein ein kleines Stimmverzerrer warte ich gebe mich nicht geschlagen steck deine Waffe hinein oder so hallo ich habe einst hier bin ich von ich keine Ahnung erfädigt man lernte mich Skunkreter hallo weil ich den schande eines verloren Kampfes in unserem Reich auf mich gut auf mich nicht mich ja auf mir ja 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 habe ich hier auf jemanden gewartet der meine Söhne weg würde hallo der du mich erweckt und besiegt hast ich verlass mich auf deine Stärke um meine Bitte zu erfüllen ich bitte dich nimm meine Seel die dort in den glodernen Flammenhaut ich bekomme Angst Angst Peinigung trage meine Worte zu meinen Männern ich stehe zwei Leute aber ich sage Männer die hier im Tod noch teuer ergeben sind sag ihnen Krieg ist vorüber Truhe ja genau Truhe dann erst werde ich fliehen in den schlafen driften können wieso drifte ich denn ich habe doch keine Drift sondern lass mich drive Hauptmannsir ja ok darf ich abdrehen Sir nein ok wir sehen uns dann ey ich habe nein gesagt oh ich guck dich nochmal ganz das jetzt an oh ich denke nicht ich möchte das nicht und und ja tot bam Hitshot so jetzt hole ich mir noch die Truhe di 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 ding was war das denn was war das denn das weiß keiner so genau das weiß keiner so genau oh scheiße so see you Dude-Lude-Lude-Lude-Lude-Lude-Lude-Lude-Lude-Lude-Lude-Lude Dödödödödödö- Hebel ist Hauptmanns! Ja, äh... Wir beenden den Part mal. Bis gleich.